hey leute patrick hier von creative frankfurt und wir haben heute wieder ein unboxing für euch und zwar haben wir heute den sun sniper in der version 2 also pro 2 dazu muss ich sagen es ist der zweite sun sniper dieser art den wir jetzt haben ich persönlich habe mir schon mal einen geleistet bin echt zufrieden von dem system warum zeige ich euch beim unboxing jetzt wird es so ein bisschen tricky das sollte es gewesen sein genau ihr habt einmal dabei eine mehr oder weniger so quick guide dann solltet ihr nicht verlieren eine ersatz unterlegscheibe und dann drehen wir den mal los so so und da ist der sun sniper ja was ist das besondere an diesem system zum einen bin ich echt happy über über eine besonderheit die hier verborgen ist und zwar habt ihr hier genau in der mitte einen stahlsaal laufen was das schnelle durchschneiden des gurtes verhindert das heißt die die euch diesen gut durchschneiden wollen euch die kamera klauen wollen werden zumindest für kurze zeit daran gehindert ein weiterer vorteil finde ich liegt hier oben drin und zwar könnt ihr diese kamera könnt ihr eure kamera wenn sie hier dran befestigt theoretischerweise fallen lassen sie wird dann durch den gurt aufgefangen und ein ruckartiges ja abbremsen wird auch verhindert dadurch dass sich hier der gurt wunderbar ausdehnt und auch so eure kamera und den fall der kamera verlangsamt das soweit würde ich sagen zum unboxing wir werden dazu wahrscheinlich noch ein kurzes review machen was wir von dem halten wie er bei uns im einsatz ist alles weitere seht ihr dann später